Das ist also der Struppi der Hinzu, weil der die Fähre so schwarz gestohlen hat. Und das ist der erste Fuhren auf der Welt, der auch kräftig Platz bringt. Segelstruppi, Segel ist ein Dares-Tiet. Dares-Tiet, der Same. Wieder wie ich an der Struppi gekommen bin, das ist jetzt so fies, sehr montier, bin ich über der Kirchhoffi gegangen. Und das Ort, der war mir in so einer Kasteiwurm, wo ein Ursitzwerd und war der Antrase. Da hab ich für den, ihr seid mit der Wachtstruppi, ich nehm die Schmütter aus, nach Haus. Du kannst bei uns wohnen, ich brauch dir eine schöne Kau. Ja, ihr seid, wie du, nehm ich die Mütte noch. Dann hab ich dann durch die Kau gebohrt, wo ich um. Und dann hab ich den Blattkalle wehgebreit. Und heute Abend, wenn ihr seid, jetzt ist der Mütter hier, sie sind erschwöl, nette Lü, die Kalle auch allplatt. Jetzt sagt mir ein Struppi, wie gefallen ich da die Lü eh. Äh, wat soll ich segge? Er ist jod. Ohne ne ganzen Hurt, nette Frölli, der B. Du sollst denn bloß an die Frölli lo, wer hat die Stadt am B. gebreit? Ja, du selber. Na, Leute, man sagt mir erst davon umhören, doch verstehst du sowieso nichts, Mann. Das ist groß, was die Rote Lü. Dat musst du gerade segge. Den Frölli segge doch immer, du wirst ob der Roststrott bloß umgewarse und net geholt geworde. Man wird schon net, ich hab nicht so ne halbjuhlang den Lappnahrt gehalten. Jetzt hören's fließt, klappt das dann, und lass das sehen, ich klappt das dann mit dich in die Bumschule, wo ich dich hin nachher schick. Ist doch so ein janzer Glas voll mit so'n Vögel, wie du? Ja, dat ist so. Da sind denn ne janzer Hurtvögel in die Klass. Linke Vögel, schlate Vögel, schräge Vögel und auch glähe Vögel. Wat du net alles ist? Wat ihr da dann doch so? Joach, wat liere ma doch? Wie hoch ma flehe, ma, dat ma ob de Kölnerstrott net unge hat Auto kömmt. Und ma dürf net so schnell flehe. En Jans Föschel soll jo demnächst net schneller als wie drüssische fahre werden. Und da küset sie en, dat wir Fögel schneller flehe. Und wat ersch nötig ist, wir solle mit der Rück na unge flehe, damit wir den Janssen Hursel op de Kölnerstrott lezien künnne. Ja, und jester hätt der Lehrer für mich geseit, ich solle de ins na une Urologe joan. Do na une Urologe? Wat willst han da? Ja, der hätt geseit, der solle mich ins in de Urologe? Ich sekt jens jett, wo de Urologe herkik, küsst du ja ken Uro. Und überhaupt, mit den Doktors musst du unheimlich opasse. Und wir kennen de von mich jetzt die operieren, Leute, er wohnt ja o die Narkose wach, geist in den Schreck, sagt der Herr Doktor, wat is euren Bart gewaße? Boah, ich so lang von den Pinnen af? Ne, seht der Ange, ich bin de Urologe Doktor, ich bin Petrus. Wat et al jufd, witste wat der Lehrer noch für os geseit het? Ne, he, wieso is dat dan? Wie et de woher dan? Ja, da hätt geseit, dat ihr Manslöhn Erschhinger Frolli herzett. Ewa, ihr könnt nit fleje, wie wir föje. Ihr moet immer loppen. Und du heist de Uro dan immer für de Kopfstorren. So wie ich. So jett vertelt ich den Lehrer. Ja, und dann hätt er vertelt, dat du allens da be für Latterie loppen hörst. Ne, heb ich den Papa beobt, nur die Schulbuchs jammer herzett, Jorn. Da liest du so lust weggevertellen. Da fliechst du lieber und stimmst schon über der Kirchhoff. Da kriegst du auf andere Gedanke. Noch ist der Kirchhoff schön grün und geruhelt und werden mal demnächst auch Hüsa rutschstorren. Und ich seck dir das jetzt. Jetzt ist ein Latino. Ich hätt nur ein Abt mit dich am Bett in die Kau. Seck für die Lü tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Applaus Und ich seck für die Lü und ich seck für die Lü tschüss. Und ich seck für die Lü